So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und zwar Zendika Rising Setbooster. Die originalen Setbooster, die guten Setbooster. Die gucken wir uns jetzt noch mal an. Ich mochte die Setbooster tatsächlich sehr zu Zendika Rising und deshalb gucken wir uns mal an was wir haben. Wir haben keine unterschriebene Karte. Fuller Plains, ein Malakir Blood Priest, 2-1. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, verliert jeder Gegner X Leben und ihr kriegt X Leben, wobei X die Anzahl an Karten und Kreaturen in eurer Party ist. Hoffentlich im Party Set, die sind meistens sehr ankommen. Ja, geht so. 4-3-4. Solange euer Gegner 8 oder mehr Karten im Friedhof hat, kriegt er plus 1, plus 0 und hat Menace. Zuloport Duelist, 1-1-1 Flash. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt er eine Kreatur minus 2, minus 0 und der Beherrscher hat 2 Karten. 4-3-3 Cascade Seer. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, Crytium X, wobei X die Anzahl an Kreaturen in eurer Party ist. Fisur Wizard, 2-2-1. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, wird ihr eine Karte abwerfen. Wenn ihr das tut, zieht ihr eine Karte. Relic Golem. 3-6-6. Kann weder angreifen, noch blocken ist sein Gegner. 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof. Tappen für 2 Mana. Ein Spieler mit 2 Karten. Okay, ein Squid. Skysclave Squid. 2 Mana, 3-2 Defender. Landfall und er kann angreifen, als ob er keinen Defender hätte. Carabarian Outrider. 4 Mana, 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur plus 1 plus 1 für jede Kreatur in eurer Party. Ich glaube, das waren unsere besonderen Slots. Genau. Scale the highest. 3 Mana Sorcery. Ihr legt eine plus 1 plus 1 Marke auf bis zu einer Kreatur. Kriegt 2 Leben. Und ihr dürft 12 Land spielen. Und danach zieht ihr eine Karte. Angel of Destiny. 5 Mana, 2-6, fliegend Doppelschlag. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, einem Gegner im Spieler Kampfschaden zufügt, kriegen ihr und der Spieler so viele Leben. Und zu Beginn des End-Steps, wenn ihr 15 oder mehr Starting-Leben habt, also Leben mehr habt als euer Starting-Leben, und naja, dann verliert jeder Spieler, der von Angel of Destiny gehauen wurde, das Spiel. Unser Foil ist Spellcrafter. 5 Mana Instant, 4 Schaden an der Kreatur zu und x Schaden an dem Herrscher über x die Anzahl an Karten in Party ist. Ja, das war ein Set-Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.